UNTERTITELUNG Lange bevor Menschen diese Welt bevölkerten, tobte ein Krieg im Himmel. Die Sieger erklärten sich zu Göttern. Die Besiegten nannte man fortan Titanen. Auf ewig eingesperrt im Innersten des Berges Tartaros. König Hyperion und seine Legionen streben danach, die Titanen zu verfreien und Krieg in dieser Welt zu entfesseln. Ich werde die Herrschaft der Götter beenden. Wenn es einen Menschen gibt, der sie gegen Hyperion führen kann, dann ist es Theseus. Ich glaube an dich. Beweis es mir. Ich weiß nicht, ob ich bewältigen kann, was Zeus von mir verlangt. Aber du kannst die Zukunft sehen. Ich kann die Zukunft nicht ändern. Aber du kannst. Aber du kannst. Aber du kannst. Kämpft für eure Ehre! Kämpft für eure Zukunft! Kämpft für Unsterblichkeit! Kämpft für Unsterblichkeit!